So, nun wo wir den Nexus auch noch erkundet haben, zu fast 100% gehen wir nun runter, nochmal zurück runter, ah hier geht's ja gar nicht lang. So, nun haben wir den Landeplatz und den Nexus erkundet und jetzt werden wir mit diesem schönen, ähm, pissgelben Muster hier nochmal runter gehen zu den Äquadukten, hießen die glaube ich? Aquädukten, Aquädukten, so wie ihr sehen könnt, fehlt mir ja auch noch einiges und äh, dieses einiges möchten wir natürlich kompletieren, so, ähm, links müssten wir alles haben, aber so mittel links vor allem fehlt uns glaube ich was, ich glaube den Rest haben wir, ich glaube wir sind hier nur eine einzige Sache, und zwar hier da unten links diese Passage, ich glaube ich wollte dahin, aber hab's dann irgendwie nicht mehr zurückgefunden oder so, ich weiß nicht mehr wie es war, Autsch, haut mal ab hier. Wir können jetzt alle nicht mehr schwimmen, weil wir das Wasser gedraint haben, ja, wir müssen hier lang und dann runter, oder so, bam 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 bam. So, jetzt glaube ich, ah, ok, ich verstehe das Problem, jetzt können wir nämlich hier runter, das ging vorher nicht, oder? War das das Problem? Vielleicht. Aber jetzt habe ich ein weiteres Problem. Oh, ich kann aber schon sehen. Ich kann bestimmt von links runter, oder? Kann ich von hier raus runter? Nein, kann ich nicht. Hier, 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 hier. Von hier aus? Ja, das kann sein, dass man von hier aus rüber... Ach, ich sehe das Problem. Stimmt. Ja, ja, von hier aus war das. Ich erinnere mich, hier konnten wir vorher nicht durch. Ja, man muss hier durch... Mit Rocket Jumping muss man hier durchkommen. Ich habe mir schon gedacht, so, hä, hier kommt man doch gar nicht durch. Ja, und das verstehe ich auch wieder. Hier muss man Rocket Jumping üben. Oh Gott. Gut, dass wir das in der letzten Folge ein bisschen geübt haben. Oh, die respawnen alle wieder. Okay, das ist kacke. Bäm. Spawner erst dann. Okay, das ist... Das ist wirklich schwer. Kann ich von denen... Doch, mit dem Spin Jump kann ich doch an denen abspringen. Und dann erst... Moment, ich habe eine Idee. Was ist, wenn ich den hier mache? Zack, zack. Ja, jetzt habe ich hier viel Damage genommen. Aber ich kann den hier... Na, auf ihn halt spinnen und dann... Okay, aber warte. Bevor ich jetzt sterbe, gehe ich nochmal saven. Kann ich irgendwo saven? Nein, kann ich nicht. Ich sterbe wirklich. Kann ich an denen? Ich muss ja bei denen anscheinend einen Boost benutzen. Oder so. Scheiße. Es lohnt sich nicht, jetzt können wir respawnen ständig. Oh, wow. Scheiße, ich bin sofort nicht. Wenn ich jemanden kille, kann ich dann nochmal auf den Jump tun? Nein. Ne? Ne? Ohoho. Ah, wenn ich jemanden... Entweder, wenn ich jemanden gekillt habe oder wenn ich einen Rocket Jump gemacht habe, dann kann ich nochmal in der Luft spinnen. Ja. Bam. Rakete. Spin. Bam. Rakete. Rakete. Spin. Okay. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Okay, das hat mir wirklich alles abverlangt. Oh, das war es aber noch nicht. Hier geht es noch weiter. Bam. Okay, hier wollen sie wirklich alles. Das war es noch nicht. Bams. Ich brauche den Boost von denen. Ich sterbe hier noch. Bam. Spin. Bam. Bam. Frick. Bams. Nein. Na. Das ist schwerer als man denkt. Die Steuerung. Wenn man spinnt, dann bist du so komplett... Dann kann man absolut nicht mehr steuern. Das ist schwer. So, muss man es machen. Genau. Ja, das ist natürlich dann wiederum easy. Zack, das war es. Jetzt haben wir da wieder abkürzend freigeschaltet. Und endlich diese verblöde Türke Kassette geholt. Du hast die Palette Schmiere freigeschaltet. Wechseln die Menü, um sie auszuprobieren. Okay, sieht richtig cool aus. Enden aus. Also, das war jetzt also... Oh Gott. Wir haben diesen Bereich wahrscheinlich zu 100% jetzt durch. Ich denke, wir haben ihn jetzt zu 100%. Oh Gott. Also, das war echt... Das war echt hardcore. Das hat mich echt alles abverlangt. So, und nun... Schauen wir nochmal im Heater vorbei. Da sehen wir uns gleich wieder. Guck mal, wenn wir jetzt spinnen, jumpen. Dann freut sich die Katze. Das freut mich auch, wenn sich die Katze freut. So, ich hoffe, ihr wisst noch alle, wie es zum Heater geht. In welche Richtung. Und zwar hier nicht. Nein, Mike, das war es nicht. Sondern hier rechts. Oder? Moment. Nein, hier war es schon richtig. Moment. Das ist, glaube ich, der... Ja, doch, 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 doch. Das hieß der Heater. Das rechts war Lüftung. Oh Gott. Wir haben schon so viel gemacht. Puh. Karte. Was haben wir alles? Ähm, was haben wir alles nicht? Das ist, glaube ich, die bessere Frage. Denn ich glaube, wir haben alles, außer diesen einen einzigen Raum, komplett auf der anderen Seite der Map. Wir sehen uns gleich wieder. Ich wage es, Backtracking zu beschreiten, denn dadurch möchte ich die ganzen Welt zurücklaufen. Und das ist schön. Yay. Wir sind angekommen. Oh, ich erinnere mich. Ja, ja. Ja, ja. Ich erinnere mich. Das war erst vor ein, zwei Folgen. Autsch. Jaja, ich weiß immer noch nicht, wie wir darüber kommen. Ihr seht ja, dass alle, dass da irgendwas ist. Aber wie kommt man da hin, ist die Frage. Also eigentlich von der Map aus her, muss es von hier möglich sein. Aber wie von hier? Wo von hier? Und wie hat mich das jetzt wieder getroffen? Hier. Hier muss irgendwas sein, was ich nicht sehe. Man muss von hier hochkommen. Aber wenn man sich das kaputt macht, hat mich auch nichts versteckt. Was ist, wenn wir außen rum gehen? Oh, Frick, jetzt bin ich sowieso stuck hier, weil ich die gespeichert habe. Aber hieran ändern wir uns hoffentlich alle noch. Das waren schöne Zeiten. So, zack. Genau. Und jetzt muss man hier alleine mit Kiki wieder durch. Stimmt, aber hier gab es halt nichts. Aber ich glaube, das ist der Weg, oder? Ja, wohl. Obwohl, obwohl. Aber hier gibt es halt nichts. Ich glaube, es ist komplett falsch. Ich glaube, wir müssen auf die ganz andere Seite zurück. Was heißt, dass ich doch mehr latschen darf? Yay. So, ich meine mal, ich glaube mal, dass man von hier irgendwie vielleicht weiterkommen kann. Das ist direkt unter mir. Hier war ein Boss. Und hier waren wir vorhin. Und vielleicht soll man hier erstmal aufmachen, damit Kiki... Oh Gott, das ist fies. Oh, okay, das ist echt fies. Man kann hier runter. Das ist fies. Ich habe es gerade noch so gesehen, weil ich mich umgeschaut habe. Welche Farbe haben wir? Miau-Tricks? Uh, cool. Alter, also die... Pfff. Die Verstecke werden immer asiger. Aber damit müssten wir... ...den Wärmetauscher nun auch 100% haben, soweit ich weiß. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr, was wir nicht haben. Wir müssten jetzt alles haben. Was bedeutet, dass ich zum einen jetzt den ganzen Weg zurücklatschen darf, was sehr spaßig ist. Und zum anderen, dass es nur noch einen einzigen Ort gibt, wo wir noch nicht waren. Und dort treffen wir uns auch wieder. So, und nun schauen wir mal in der Ventilation nach. Das ist jetzt der letzte Ort, wo wir noch ein bisschen erkunden können. Sondern ich glaube mal, dass ich hier auch nicht alles habe. Ich müsste es wüssten, es war letzte Folge erst. Vorletzte, letzte, was auch immer. Ich weiß es aber nicht mehr. Nein, wir haben hier nicht alles, wie man sehen kann. So. Jetzt muss ich erstmal kurz auf meine Karte gucken, die ich habe. Äh, hä? Was machen wir zuerst? Zuerst links, rechts. Rechts ist langsamer. Äh, äh, länger, könnte man sagen, ja. Mh, unten haben wir alles. Es fehlt nur links und rechts was, wie ich sehe. Na dann? Ja. Hier lang, genau. Und dann konnte ich hier nicht hoch. Vielleicht ist es auch ein Rückweg. Das könnte ein Rückweg sein. Aber wir können auch hier runter. Weiß nicht, ob ich das gesehen habe. Doch, müsste ich gesehen haben. Wir müssen hier sowieso, sowieso lang. Mhm. So, hier runter. Und dann nach links. Pah, einfach so. Ach so, Moment. Das hier war der Bosskampf. Stimmt. Wow. Du hast die Palette Traubegeil geschaltet. Wechsel in dein Mini, um sie auszuprobieren. Das sieht echt schön aus. End und aus. Okay, damit haben wir das hier. Und das kommen wir wahrscheinlich, genau. Und jetzt kommen wir hier einfach wieder hoch. Ja, jetzt kommen wir so einfach wieder hoch. Das geht natürlich aber alles erst, wenn man den Boss schon gemacht hat. Ach, hier sind wir dann. Ach so. Ja, 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 ja. Alles klar. Alles klar. So, ja, dann müsste jetzt eigentlich nur noch dort rechts was fehlen. Und dann müssten wir eigentlich alles haben. Richtig? Hoffentlich richtig. Alles das hier nochmal. Stimmt aber ja was. Weh. Wee. Da oben ist ja nochmal ein Checkpoint. Hier, safe. Ja, an dieser Stelle hatte ich viele Probleme. Wüsste es hoffentlich noch. Oder besser nicht. Keine Ahnung. Stimmt. Ich erinnere mich. Genau, hier konnten wir lang, aber hier gab es noch nichts für mich zu tun. Zumindest dachte ich das. Aber. Doch, doch, hier gibt es nichts zu tun. Ne, ich glaube tatsächlich, dass das hier vielleicht sogar ein Rückweg ist. Und wir erstmal nach unten rechts hin müssen. Das könnte sein, dass das hier so ein Rückweg ist. Beziehungsweise man muss hier lang, aber dann ist das hier auch als Rückweg gedacht. Beides halt. Keine Ahnung. Also mir egal. Moment. Wow. Knapp. Das selten wir mal kurz kurz. Genau. Und jetzt hier nach rechts. Meine ich. Oh. Aufpassen. Oh. Das ist nicht einfach. Oh. Safe. Und ich glaube, jetzt hier ganz rechts. Einfach geradeaus nach rechts. Was war denn da? Hier. Genau, hier. Hier kann man speichern. Ja. Ja. Dann gibt es mal seinen Merk wieder. Und hier waren wir nicht drin? Das hätten wir von Anfang an bekommen können und ich war hier nicht drin? Wow. Ich glaube, ich war ein bisschen zu überfordert hier das erste Mal, oder? Du musst halt aufpassen, dass Tiki irgendwie, ich seh, die arme Tiki ja nichts passiert, ne? Oh Gott, das ist echt verwirrend. Äh, nein. Haut ab. Okay, gibt es wirklich viel zu tun. Wow. Ja, ja, das ist ein Rückweg. Das soll als Rückweg da sein. Gut. Und jetzt kommen wir hier lang und das ist hier wahrscheinlich... Oh, noch ein Kampf. Ein weiterer Enemy Room, der aber kein Problem darstellen sollte. Äh, und somit haben wir dann diese weitere Kassette und somit fast alle des Spiels. Oder sogar alle. Du hast die Palette grau freigeschaltet. Bei Ex- und 9-Mini, um langweilig zu sein. Na gut, also für die Leute, die grau als die Piefsfarbe haben, nichts gegen euch. Ich finde grau ziemlich langweilig. Aber okay. Haben wir schon viele Palettenauswahlen? Achso, und dann müssen wir hier sowieso raus. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, können wir ab der nächsten Folge... Ich weiß jetzt nicht, wie lange diese Folge hier wurde. Aber auf jeden Fall in der nächsten Folge... Können wir dann... In Sabo. Oder sogar schon in dieser Folge. Ich weiß nicht, wie ich das zusammenschneide. Aber ich denke mal eher nächste Folge. Wie auch immer. Ich denke, wir haben jetzt alles... Klar, jetzt fehlt halt noch die seiten Passage... ...mit dem Rocket Jumping. Aber was soll man da groß machen? Wenn ich es halt nicht hinkriege, dann kriege ich es halt nicht hin. Muss ich ein bisschen üben. I don't know. Vielleicht übe ich da ein bisschen offscreen. Was weiß ich. Hau rein, Leute. Wir sehen uns. Bye. Bye.